Hey, meine Rabauken, in der letzten Folge haben wir bereits viele illegale OP-Gegenstände craften können, wie beispielsweise diese Duplizierungskiste. Damit kann man alles unendlich duplizieren. Oh yeah. Deswegen haben wir auch schon sehr heftige OP-Ausrüstung mit einem Schwert, Schärfen 255, einer kompletten Rüstung mit Schutz 255, eine Bogen mit Power 255 und mit dabei ist Elina 255. Genau. Moini. Wir haben aber noch viele weitere OP-Gegenstände heute vor und so mit jedem Level ab. Ich bin ja Level 1. Das heißt, es sollte eigentlich relativ schnell gehen. Bekommen wir einen weiteren OP-Gegenstand. In der letzten Folge haben wir ja den Magma-Warden besiegt. Das war tatsächlich relativ kritisch, aber wir haben es geschafft. Oh ja. Gleich bin ich Level 2, Elina. Ich brauche noch... Jo, komm mal ran. Komm mal ran. Nee, noch nicht. Warte, warte. Da hinten war... Da ist noch eine Kuh, aber die gehört dem Dorf offiziellerweise. Ja, okay. Okay. Da ist der Eisenkohle will. Zwei sogar. Level 2! Drei! Ich seh's, Gott. Das ist ja richtig krass. Und ich hab ein Item bekommen. Zeig mal, was haben wir gekriegt für ein neues? Na, das hier. Keine Ahnung was. Das sieht ein bisschen aus. Klebrige Falle. Okay. Es wird ja sowieso gerade Nacht. Ich platziere die mal hier im Dorfzentrum. Zack! Geh mal rein. Ja, da passiert was. Ja, okay. Ich bin verlangsamt extrem. Boah, extrem. Ja. Okay, ich glaub, der kann sich nur mit Springen befreien. Ich glaub, wenn da ein Mob reinrennt, dann ist der... Dann ist der am Arsch. Und ich werde das testen. Kommen Sie ran, Eisengolem. Ich möchte unseren neuen Block probieren. So. Der muss... Ich glaub, wir müssen mehr Blöcke mal platzieren. Ja, ja, ja. Wir müssen irgendwie so eine ganze... Warum renntet der mir nicht in der? Ist der doof? Ah, oh Gott. Ja, er wird stehen. Er klebt. Oh mein Gott, das war anders stark. Ja, ja, weil ich eine Schärfe 255 Schwert habe. Ach so. Das lag jetzt sicher der Falle, das lag an dem Schwer. Alter, damit können wir das ganze Dorf beschützen. Wie viele haben wir von den Blöcken? Wir haben noch 52 Stück. Oh Gott, das reicht nicht, um das ganze Dorf zu beschützen. Wir können nur ein Haus beschützen. Das wird unser Wohnhaus, Selina. Okay. Wir müssen es beschützen mit Fallen. Dann ist es absolut monsteruneinnehmbar. Ja, das sieht doch gut aus. Sieht aber echt... Und so ist es ein ungefährlicher Block, ne? Sogar äußerlich. Ja, ja, das stimmt. Sieht ein bisschen mangrovenmäßig aus. Wir können noch eine Reihe bauen, Selina. Doppelt hält besser. Aber reichen die Blöcke jetzt? Das wird knapp. Und nur ein Stück fest. Ja, ja, man darf das Zeug nicht berühren, ey. Das klebt... Oh Gott. Das ist dick am kleben, ey. Ja, passt perfekt. Hier vorne vielleicht noch. Bisschen Weg, ey. Da darfst du nicht vom Weg abkommen. Aber wir haben gar nichts mehr so viel. Das war's. Eine Minute, 37 Sekunden später. Oh, Elina. Unser Dorf wird von einer riesigen Zombie-Armee angegriffen. Oh nein. Schaffen wir es, uns mit unserem OP-Haus zu verteidigen? Ich geh rein, ich geh rein. Oh, oh, Junge. Oh, Alter. Du hast mich fast reingekopperbufft, ey. Ich bin noch als erstes ins Haus gegangen, ey. Ja, da guckt er doof. Ne, Idioten. Oh. Nein, der Villager, oh mein Gott, der kommt weg. Ich hab dich geschlagen. Oh, ich hab dich grad mit Schärfe zu... Oh Gott, die machen die Tür auf wie Lieder. Wie können die denn hier rein? Die Treppe ist so... Ja, perfekt. Da guckt er doof, ne? Aber der Villager ist auch jetzt... Der ist auch jetzt gefangen genommen. Boah, mit dem Haus kannst du dich... Oh Gott. Willi geht's hier gut. Meiner. Also, mit dem Haus kannst du dich jetzt locker gegen tausende Zombies verteidigen. Und jetzt machst du einfach diesen hier. Zack. 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 Und dann farmt man hier einfach durch. Oh mein Gott, du musst ja richtig viele Level jetzt haben. Oh, stimmt. Hä? Mach sie alle. Yo. Wendy, hast du dieses Skulk hierhin? Ja, ich hab auch einen Erfolg bekommen. Ja, weil hier irgendwie ein Skulk-Kataklyst war oder so. Ja, hier, der, also... Ah, ja, deswegen. Ja, wenn du da in der Nähe was kilst, dann breitet sich das doch so aus. Es hat aber unseren OP... Warte mal, das können wir so nicht dulden. Das hat ja unsere OP-Verteidigung weggemacht. Was habe ich für einen Gegenstand bekommen? Wir, was haben wir für einen Gegenstand? Das hier, das ist so ein geschnitzter Kürbis mit Magma. Okay, warte, ich setze mal auf. Geht nicht. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, das kann man platzieren. Platzieren? Aber was kann das denn? Damit können wir einen... Magma-Schnee-Golem machen. Nein, woher rüstest du das? Ja, irgendwie... Und der verwandelt nicht alles in Schnee, sondern alles in Magma. Oh mein Gott, das arme Dorf. Der sieht aber auch... Uiuiui. Setz mal lieber den Kürbis wieder auf. Der ist aber auch ein bisschen einsam. Der braucht noch ein bisschen... Oh, yo, wir kriegen eine komplette Magma-Welt. Guck mal, jetzt können wir wirklich so halbwegs das Dorf sichern. Also die können zumindest überall Magma platzieren. Hier einmal drumherum. Das stimmt, das ist wirklich... Vielleicht auch dazwischen. Aber die Willis kriegen ja auch Schaden davon. Das ist ein bisschen das Problem an der ganzen Kalkulation. Okay, ja, das ist doof. Platzieren wir alle, Lina. Alle. Alle auf einer Stelle. Alle? Alle an einer Stelle. Zack, 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 zack. Ja, Magma-Golems. Ja, drei Stück noch. Boah, das ist eine Menge. Das war mehr. Meinst du, wenn wir am Ende des Videos hier zurückkommen, dass hier alles voll mit Magma ist? Ich glaube schon. Nee, glaube nicht. Ich glaube, die sind ein bisschen doof. Nee, es hilft nicht. Aber es ist schon auf jeden Fall richtig viel. Oh Gott, wir müssen aber auf jeden Fall unsere OP-Kistchen mitnehmen. Die dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. Falls wir Sachen duplizieren wollen. Warte mal. Ich will mal was ganz Verrücktes probieren. Kann man auch unsere illegalen Items duplizieren? Ja, say. Das geht auch, Elida. Unendlich Diamantbrot für alle. Aber man braucht noch nur eins, um glücklich zu sein. Nee, Lina. Mehr ist immer besser. Na gut. Okay, das müssen wir uns für später merken. Wir brauchen ein weiteres Level, Lina. Wie kriegen wir das jetzt am einfachsten? Kann man Magma-Blöcke tauschen? Das wäre jetzt natürlich ein geiles Feature, ne? Ich glaube nicht. Okay, der tradet Kartoschgas in, Lina. Wir können einfach eine Kartoffel braten und dann verdupeln. Nee, ungebraten. Ungebraten. Oder ungebraten, je nachdem. Und dann können wir, das können wir auch mit Karotten machen. Ich bin dabei, Lina. Halt, mach nochmal Karotten rein. Ja. Alles, was du duplizierst. Okay. So, jetzt immer mehr rein. Immer mehr rein, Elina. Warte, du duplizierst. Ich mach rein. Oh, nee. Es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Es bricht alles zusammen. Aber Moment, ich glaube, wir haben jetzt eh so viele Kartoffeln. Ich bin mir nicht sicher, Lina. Wirklich? Ich farm hier die Schmaragd-Binion. Es lag. Aber du brauchst ja die Level. Du brauchst ja die Level. Ja, geh mal raus aus dem, Elina, hier. So, zack. Oh Gott, es lag ab nochmal. Haben wir ein Feuerzeug oder so? Vidi, wo bist du denn, mein Guder? Hier. Ich hab ein Trading-Angebot. Okay, das war noch kein Level. Level 13. Oh, ich hab was richtig Cooles bekommen. Aber Ben, lass uns erstmal kurz das Ziel lösen. Ja, ja, wir müssen erstmal hier diese... Das war ein bisschen hier. Warte mal, Magma. Oh Gott, Elina, geht's dir gut? Ja, lauf mal über die Karotten los. Mir reicht, Elina, genug Kartoffeln. Ja, das war echt zu viel. Oh, Bruder. Nein, du hast ihn angezündet. Mit dem wollten wir doch traden. Ich hab doch ein Level. Alles gut. Okay, Hammer, Elina, Hammer. Alter, Schwede. Okay, was haben wir freigeschaltet, Elina, für ein Eiter? Wir haben freigeschaltet eine... Oh, eine Diamantkiste. War sowas? Kannst nicht... Oh, Diamantbien. Nein, Diamantbienkorb ist das. Das war keine Kiste, das war ein Bienennest. Ja, für Imker und so. Ja, aber die stechen mich. Die sollen das mal reinlassen. Ja, du kill sie mal, so aus Spaß. Ja, muss ich ja. Die greifen mich nur noch so ab an, irgendwie. Aber die droppen ja gar nichts. Hä? Ich bin der Kack-Diamant-Bien. Gott, ein Save-Diamant, oder? Die ist anders abgezischt, Alter. Die wird zu ihren Bienen-Homies. Ja, die kann richtig heftig snipen. Aber die ist eine Diamant-Biene. Ich glaube, die sucht wirklich so, wo sie was bestäuben kann. Ja, oh. Die hat uns angegriffen. Das war Selbstverteidigung. Ja, das war eine Laser-Biene. Level 14. Ich habe das Item und das ist richtig cool. Ja, was haben wir? Das ist eine Portal-Gun, Alter. Alter, das ist nice. Portal-Gun? Ja. Okay. Zack. Zack. Okay, ich gehe durch, Edina, ich gehe durch. Hui. Geil. Ich auch. Okay, einmal durch. Kommst du beim Baum raus. Schon ein bisschen sinnlos, aber naja, macht Spaß. Hä, ist gar nicht so unsinnlos. Weil guck mal, du kannst jetzt zum Beispiel sagen, du willst das da hinten hinschießen. Sandra schießt dir hier hin, das gehst du da durch. Und zack, jetzt bis hin. Was für sinnlos, das ist übel praktisch. Bist du doch? Na gut, na gut. Aber wie können wir das benutzen, um Level? Edina, es wird Zeit für die Level-Kerze. Okay, ich muss dich erst mal wiederfinden. Also ich sehe deinen Namen. Ich bin direkt bei dir. Mhm. Okay, hallo. Bist du hier? Hi, yo. Ich habe hier die Kerze. Okay, platziere es dir. Ja, ja, ja. Okay, jetzt ganz vorsichtig. Okay, nur ein ganz kleines bisschen. Ja, Level 15. Oh mein Gott. Ich habe es. Da kommt so viel Erfahrung raus, das ist komplett krank. Das ist so cool. Das hier bauen wir mal lieber ab, bevor hier noch Unfälle passieren. Hier, pass auf. Wir müssen uns eigentlich mal richtig heftig hochbauen. Okay. Longfall-Boots. Ja, aber jetzt brauchst du dich ja hoch. Ja, warte, wir brauchen Leitern. Ach so. Ja, dann kann ich Holz. Oh, Ben, wir haben ja unsere Kiste noch. Das heißt, wir müssen ja einfach nur eine Leiter craften. Dann haben wir unendlich viele Leitern. Oh, stimmt. Sparen wir uns eine Menge Holzarbeit. Wir hätten auch eine Portal-Gun machen können. Ich hätte versuchen, sie zu treffen. Oha, das ist ehrlich klug. Lass das machen. Du schaffst das, Selina. Also. Portal-Gun-MLG. Ja, das ist ein Portal-Gun-MLG. Du schaffst es, los. Ich muss einfach da reinfallen. Ich glaube, dann sterbe ich. Nein, save nicht. Siehste? Ich habe es überlebt. Wie cool. Dieses andere Profi-MLG. Das andere Smart, Alter. Oh ja, die Diamant-Bergbank. Ich habe ja ganz vergessen, dass sie noch gibt. Jetzt brauchen wir eine Leiter. Warte, ich. Machst du? Mach ich? Machen wir beide? Ich mache beide. Also, ich mache eine. Also, es sind drei. Mir fehlt ein Stück, ey. So, ich habe hier die Leiter noch drin. Einmal doppelt gemoppelt. Ja, das habe ich leider. Der Hebel ist leider verloren gegangen. Warte. Aber den hattest du vorhin noch. So, jetzt machen wir hier einen Hebel. Zack, 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 zack. Und jetzt geht es los, Leute. Die Leiter. Aber nicht übertreiben. Nicht übertreiben. Die Leiter. Boah, ist jetzt fast die Polygon dupliziert. Du musst das auch da reinlegen, Elina. Zinseszins, verstehst du? Ja, ich baue auch noch schon. Ich baue auch schon. Ja, das ist genug. Sag mal, was können die jetzt? Also, fliege ich dann einfach langsam runter, oder was? Snowfall. Das wäre langweilig. Irgendwie Longfall. Das heißt ja nicht Snowfall, es heißt Longfall. Ich springe, Elina, ja? Ja. Oh, oh. Oh, kein Schaden bekommen. Kein Schaden. Longfall. Heißt das einfach kein Falsch? Oh Gott. Heißt das einfach kein Falschaden, oder wie? Scheinbar. Da habe ich jetzt aber mehr erwartet. Da haben wir dieses ganze Setup hier gebaut. War cooler Content. Let's go. Ja, kein Falschaden. Gar nichts. Na gut, das ist schon geil, ne? Sag ich mal. Aber okay. Haut uns jetzt auch nicht vom Hocker. Nee, haut uns nicht vom Hocker. So, wir brauchen ein weiteres Level für ein weiteres Item. Boah, so ein multiplizierter Portal, ganz stelle ich mir, war auch cool. Ich will die wieder, meine du, ganz kurz. Oh nein, wenn. Ich will nur, dass es cool aussieht, weißt du? Das klingt auch cool. Ja, wir müssen hier mal, das muss mal alles weg. Ich transportiere das jetzt alles bis zur Lava. Es dauert bis jetzt, aber so. Alles rein da, den Quatsch. Jetzt haben wir alles schön aufgeräumt hier. Boom. Junge, warte, 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 warte. Wenn ich die aufsehe, das wird sich richtig cool an. Oh, das sieht so cool aus. Ja, wow, das lag so cool. Ich finde es immer besonders cool, wenn ein PC explodiert. Ja, mein Gott, Edina. Kann ich alles haben, ne? Warte, ich löse das Problem. Oh, das zischt jetzt richtig. Boah. Boah. So cool, dass der Lag dann damit weggeht. Ja, dann lass mal. Wie kriegen wir denn jetzt möglichst schnell ein Level? Haben wir ein Obsidian? Ja. Sollen wir mal an der Kerze riechen? Ah, das ist gechiedet, Edina, gechieden. Okay. Ich mache ein Portal. Ich gehe verschwenderisch um. Ja, denn ich habe genug. Feuerzeug müssen wir doch noch haben, oder? Nee, das habe ich doch verloren. Oder so. Da guckste, doof. Na, aus der Wäsch. Ja. So, Lootfahren so einer Bastion wäre aber auch geil, ne? Oh Gott, ich baue das so schnell ab. Level 16, Edina. I turn. Jo, okay. Okay, wir haben was bekommen. Das ist ein bisschen ungünstig für den Nether. Okay. Das ist nämlich Gras. Das können wir abbauen. Das ist aber kein normales Gras. Das dauert ewig. Ja, bauen wir mit einer Spitzhacke ab oder so. Ah, ja, ja, ja. Ging. Okay. Feuerfalle. Nee, das ist hier wirklich sinnlos. Ach so. Guck mal, da ist direkt eine Festung. Da bürnt man. Oh, das ist aber auch gut zur Dorfverteidigung wieder. Oh, ja. Wo ist, äh? Ah, hier, ja, Lul. Genau da. Elina, ich zeige dir jetzt einen Profimove-Pass auf. Ah, nee, warte mal. Wir sind doch wirklich Profis. Hä? Du hast die gleiche Idee gehabt. Ja, ja. Aber ich mache es ein bisschen schneller. He, he, bin da. Oh, ha, ha. Und ich bin direkt bei den Blazes. Und die one-shot ich. Und ich habe, glaube ich, auch eine Million Plünderungen. Kann das sein? Nee, habe ich nicht. Ah, schade. Da sehe ich einfach, wie das Portal auftaucht. Oh, Mäne. Pass auf, das sind... Ah, nee. Ich muss auch, dass ich dich nicht hause um. Man kann es, glaube ich, hier schneller machen. Abschieb, denn? Wenn wir einfach... Und chillen. Aber kriegen die uns doch weg. Ich one-shot die Elina. Aber so ist der Spawn, die Spawn-Welt höher. Ich kann sie außerdem mit dem Bogen auch one-shotten, davon abgesehen. Guck mal, Ben. Guck mal da unten. Guck mal, da ist Loch da drüben. Siehst du das Loch? Ach da, du meinst... Ich dachte, du meinst eine Blaze. Nein. Fünf Stück. Ja, wir haben doch... Elina, wir können doch jedes duplizieren. Haben wir doch genug. Na, okay. Ah ja, stimmt. Wenn sie unbedingt wollen, dann machen wir das mal schnell. Ich hätte gerne so einen Kopf, weiß man, wie lange multipliziert. Aber ohne Plünderung ist Mau. Eine Mau-Nummer. Ich habe ein Level, Elina. Oh, okay. Was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt? Oh, das ist richtig, richtig cool, Ben. Wo bist du? Weil, ich sehe dich, bleib stehen. Nee, leider nicht. Ah, ja, okay. Ich muss, glaube ich, jetzt gleich ausweichen. Ja, die haben auf mich geschossen. Ich regle das, Elina. Ich räche dich. Achtung, Ben. Achtung, Ben. Achtung, Ben. Oh, Bruder, was war das? Das war... Zum Glück hast du die Longfall-Boots. Das war Magma-TNT. Das war Magma-TNT. Und das zündet in Zint. Oh, na gut, Inzint weiß ich nicht. Ja, also, ohne dass ich es anzünden muss. Okay, warte, ich bin gleich Level 20. Wir haben gleich noch eins sogar. Ich brauche nur ein bisschen Quarz. Oder ich fetze den einfach. Hö, was hat der für Schuhe an? Der hat ja krasse Schuhe an. Oh, die hat doch nicht gedroht. Das sind aber nicht die Longfall-Boots gewesen. Level 20, Elina. Wo bist du? Schwimmst du in der Lava-Guard, oder wie? Ja, aber ich habe mich mit der Portal-Gun gesaved. Ah, ich sehe dich. Ja, lass mal zurückgehen. Oh, no, no, no. Tschüss. Du bist unterwegs, nehme ich dich mit. Ich mache 300 Schaden mit meinem Dia-Schwert. Bist du doof, oder was? Aber wo war denn jetzt unser... 255. Nee, man kriegt ja mehr als einen Schaden pro Dings. Oh. Na, okay, dann bin ich halt dumm. Ab zurück, reich mit der Hölle. Was Hammer für ein Item, Elina. Show me, Zeidemü. Das ist ganz komisch. Das ist einfach nur das hier. Hä? Ah. Oh mein Gott. Das ist eine Falltür. Die kann ich überall platzieren hier. Ja, Elina, du machst die gegenseitig kaputt, aber weil da sind Räume. Aber hier, die geht. Ey, lass mich doch vorgehen, du Dicke. Ey. Das ist ein geheimer... Oh, Dia-Blöcke mit LOL. Das war ein Witzel wieder. Ey, du Sackgesicht, ich höre genau, dass du da mag, bei TNT platzierst. Jo. Guck mich doch einmal, Dicke. Das sind geheime Schatzräume. Mach doch mal, ist da immer das Gleiche drin? Plötzlich nochmal ein Schatzraum. Ja. Hör, aber das sieht in deiner Hand anders aus, ne? Ja. Ja, das ist richtig komisch. Nee, nur Dias. Aber Dias haben wir ja schon. Also das hätten wir halt gebraucht, bevor wir die Duplizierungs-Chests gehabt haben. Aber ist auch ein geiles Feature, ne? Er zeugt nicht nur den Geheimgang, direkt den Raum. Du hast kein Zuhause, kein Problem. Yeah. Ja. Eins hat das gesagt, du hast dich ja dreimal gedick geworden, als du da runter bist. Oh Mann, ey. Pass auf, Elina, du weißt, wie wir ganz schnell jetzt Level kriegen. Ja, wie, 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 wie? So. Oh, und ich hab Seelensahnen, das können wir verdrubeln. Ja, pack mal hier rein. Wir brauchen wieder einen Hebel. Warte. Aber mach mal die Portal-Garzen hier raus. Da sind die ganzen Portal-Garzen noch drin. Okay, zack, rein da das Ding. Zack. Wieso ist denn dauernd der Hebel weg eigentlich? Ja, weil du den verbrennst mit der Lava. Hä, aber ein Hebel verbrennt doch nicht, das ist ein Block. Doch, klar, doch. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Wenn ich den platziere. Das ist ja tatsächlich so. Das ist aber neu. Das muss neu sein. Aber das ist doch ein Block, wenn ich ihn platziere. Das macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Keine Tomaten. Minecraft ist auch nicht mehr das, was das mal war, Leute. Man kann ja wirklich nichts mehr trauen hier. Nicht mehr den Hebel. Reicht, oder? Ja, mach mal. Was soll ich machen? Ja, die Dinger hier platzieren, ey. Zack, 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 zack. Aber wir machen nur mal einen für den... Vielleicht nicht so nah an unseren ganzen Zeug. Nein, ojo, bist verrückt. Ja, nur so ein bisschen. Ey, lass ganz viele beschwören am Ende. Aber lass das dann mit einem beginnen. Der ist ja eh weg. Wir rocken den eh absolut easy weg. Hier, ich platziere den jetzt einfach. Da brauchst du gar keine Vorbereitung großartig. Zack, ja, bumm. Komm mal ran auf den Meter, Alter, du kleine Löscher. Sobald der aufgeladen ist, explodiert er. Dann kriegt er von mir einen Bogenschuss und ist tot. Ich sag einen Bogenschuss. Oh mein Gott. Der hat so ein OP-Stuff gedroppt, hä? Seit wann droppen die Totems? Totems und so? Seit wann droppen die... Das ist never ever so. Warte, warte, wir machen das nochmal. Seit wann droppen die Totems, Alter, hä? Totems aber geil. Und der Totem, den pack ich definitiv auch direkt in diese Multiplizierungsgiste, kannst du auch wissen. Das ist schon geil, ne? Ja, warte, explodiert gleich in drei, zwei, eins. Aua, er geht auf mich. Der droppt einen Totem. Achso, nee. Ich war sogar. Nee, ich glaub, das ist von der Kiste noch. Geht's dir gut, Edina? Mir geht's gut, ja. Aber der gibt kaum Level tatsächlich. Das ist voll undankbar irgendwie. Ach, Mann. Dafür, dass das ein Baus ist. Warte, 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 warte. Ich bin Level 21. Was haben wir im Angebot, Edina? Das haben wir, das haben wir. Oh, das ist richtig heftig cool, Ben. Wieso wird der eigentlich nicht... Guck dir das mal an. Ja. Bam. Oh! Oh, Ben, ich wusste das nicht. Das war nur ein Ei. Das war als erstes nur ein Ei mit TNT. Ich hab' ich die Schuhe, ey. Na, ich hab' die Schuhe. Ich wär' aber anders tot gewesen, glaub' ich. Hä, der ist anders. Der ist ab durch die Ecke, ey. Wo ist der hin? Der ist richtig weg. Der ist ja jetzt nicht schwer zu sehen. Der ist noch da gerannt. Er muss doch hier irgendwo gerannt, vor allem. Der ist ganz weit da hinten, Ben. Naja, ich seh' das TNT fliegen. Ich seh' es fliegen. Wie heißt denn das Ei? Hast du noch eins? Der ist ja anders durchgezogen. Hier, ja, ich hab' noch eins. Ich hab' noch eins. Hier hinter dir. Okay, warte ich mal sehen. Ah, ja, okay. Da. TNT Dragon Ei. Warte mal, die müssen halt schnell sein. Gimmi, 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 gimmi. Oh nein, du hast die Creeper. Jawohl. Ich hab' den Creeper getroffen. Der hat mir seinen Creeper entgegengeschmissen. Als Dekko-Galter, die Sau. Ben, wir schon wieder ganz schön rot sind. Wieder schon die altruhe. Jo, Lina, ich hab' Ich glaub' dein... Ich hab' ein Level. Oh mein Gott. Mann, der da hinten nervt voll. Der schießt jetzt die ganze Zeit TNT. Da soll ich mal aufhören, Junge. Was für ein neues Item haben wir, Lina? Das ist richtig cool. Guck mal, ich sag' nix. Jo, ein Diamant-Block-Creeper. Ja, Mann. Ja. Wow. Der explodiert in tausend Diamanten oder so. Wie viele sind das? Arsch viele, ne? Wow, Bruder. Sieht eh nix ab. Komplett egal. Die können ja gar nix. Mit Schild ist das eh egal. Komm, wir machen mal so eine Reihe. Ich hab' ja kein Schild. Meine Rüstung ist so stark. Wirft mich gar nicht, ey. Wirft mich kein Millimeter, ey. Das ist ja gar nix. Die haben alles drauf. Das ist cool. Zum Abschluss wollten wir ja uns das Dorf mal ansehen, Lina. Wie das jetzt aussieht. Boah, da sind so viele, ne? Alter Schwede. Also ganz, aber das ist schon eine richtige Magma-Golems. Die sehen so, hä? Die haben sich auch richtig in Magma-Golems verwandelt jetzt. Die sehen richtig Magma-mäßig aus. Ich kenn die gar nicht so. Vorhin sah die noch aus wie Schneemänner. Ach so. Hallö. Die haben das Dorf jetzt übernommen, Ben. Ja, von wegen, Lina. Die sind so dumm. Guck dir das mal an, wie geil das hier aussieht, ey. Ja. Das ist Magma-Town. Magma-Silly. Magma-Furt. Der hat Stress da am Wasser, ey. Weiß nicht, ob das so gut ist für Magma. Naja, Leute. Das waren illegale Minecraft-Blöcke in Minecraft. Ich hoffe sehr, euch hat's gefallen. Lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Abonniert natürlich auch den Kanal kostenlos. Mich würde sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benzern. Ciao. Tschüssi. Tschüssi.